Da hat er die ganze Wirtschaft mit Postern beklebt. Meine Mutter war dann immer stinksauer. So stolz war er auf mich. Es waren oben die Umkleidekabinen und da hat er zugeschaut. Als ich wieder zu hoch gekommen bin, hat er Tränen in den Augen gehabt. Er war so stolz auf mich. Den Moment vergesse ich nie. Ich habe immer seine Stimme auch im Kopf. Ich sage ihm jeden Morgen Guten Morgen, Papa. Gute Nacht, Papa. Wer bestimmt auch gerne dabei? Er ist dabei. Auf jeden Fall.